Diese zusammenarbeitenden Systeme helfen uns, vitale Funktionen problemlos aufrecht zu erhalten. Wir haben keine Schwierigkeiten, wenn unsere Körper diese Funktionen ausführen. Wir nehmen den Verdauungsvorgang unseres Essens im Magen nicht wahr, nicht unseren Herzschlag, nicht den Blutstrom, der in unserem Körper zirkuliert. Wir nehmen nicht einmal wahr, dass wir sehen oder hören. Es gibt ein perfekt funktionierendes System in unserem Körper. Unser Körper ist die Schöpfung von Allah, der alles im Universum in eine vorher bestimmte Ordnung bringt. Im folgenden Vers sagt Allah den Menschen, sie sollten über ihre eigene Erschaffung nachdenken. O Mensch, was hat dich deinem großzügigen Herrn entfremdet, der dich erschaffen, gebildet und wohl geformt hat? Leben und Überleben an den Polen ist eine schwierige Aufgabe. Doch die an diesen Orten lebenden Tiere sind mit besonderen Körpersystemen ausgerüstet, die ihnen helfen, die schwierigen Bedingungen zu ertragen. Eisbären haben breite, fellbedeckte Tatzen. Und sie können dank einer besonders gestalteten Unterseite ihrer Tatzen, die ihnen eine gute Traktion verleiht, schnell übers Eis rennen. Auch die Augen dieser Bären sind ein Wunder. Sie haben einen Augenfilter. Dieser membranähnliche Filter wirkt wie eine Sonnenbrille, die die Augen vor der Schneeblindheit schützt. Warm zu bleiben ist das größte Problem für Tiere, die bei niedrigen Temperaturen leben. Doch auch dieses Problem ist durch ein sehr detailliertes Design gelöst worden. Eisbären haben eine 10 Zentimeter dicke Fettschicht, die sie gegen die Kälte isoliert. Doch das wirkliche Wunder ist in der Struktur ihrer Haare verborgen, die ihr Fell bilden. Das Fell besteht aus langen Haaren, die von kurzen Haaren umgeben sind. Die langen weißen Haare sind in Wahrheit transparent. Die Bären sehen weiß aus, weil das polare Sonnenlicht von ihnen reflektiert wird. Diese Haarfasern wirken wie optische Röhren, die die Wärme einschließen und sie nicht mehr hinauslassen. Sie absorbieren die Wärme und leiten sie an die schwarze Haut des Bären, ohne dass dabei die kostbare Wärme verloren geht. Aufgrund dieses tadellosen Systems sind Eisbären gegen die Kälte geschützt. Betrachtet man einen Eisbären durch ein Infrarotsichtgerät, dann hat das massive Tier dieselbe Farbe wie seine Umgebung. Nur sein Atem ist deutlich erkennbar. Dies zeigt uns, dass die Eisbären in der bestmöglichen Weise von Allah erschaffen worden sind, sich an ihre Umgebung anzupassen. Dies zeigt ein weiteres Mal die Perfektion der Schöpfung. Adler können tausende Meter hoch fliegen und sie sind mit Augen ausgerüstet, die ihnen weit unten auf dem Erdboden einen großen Detailreichtum zeigen. Ein Adler hat ein Gesichtsfeld von 300 Grad und sein Auge kann ein Objekt auf das Sechs- bis Achtfache vergrößern, wenn nötig. Aus einer Höhe von 4300 Metern überblickt er eine Fläche von 30.000 Hektar unter ihm. Aus 1500 Metern nimmt er die kleinste Bewegung oder Farbveränderung wahr, aufgrund deren er seine Beute aufspüren kann. Der Adler verdankt seine überlegene Sehfähigkeit einer großen Zahl lichtempfindlicher Stabzellen in der Retina seiner Augen. Diese Zellen fangen das Licht ein und senden die Informationen an das Gehirn. Die Zahl der Stabzellen im menschlichen Auge ist wesentlich kleiner. Dieser Unterschied gibt dem Adler sein gutes Sehvermögen. Adler können ihre Beute sehr leicht erkennen. Doch es ist nicht der Adler selbst, der hinter seinem guten Sehvermögen steht. Es ist Allah, der dieses perfekte System erschaffen hat. Allah offenbart diese Wahrheit in dem Vers. Kein Lebewesen gibt es auf Erden, das er nicht am Schopf erfasst. In diesem Film konnten wir Ihnen nur einige der überwältigenden Zeichen Allahs zeigen. Wir haben gesehen, dass, wenn wir jedes kleine Detail in der Welt betrachten, Allah uns auf seine Existenz aufmerksam macht. Uns dieser Tatsache bewusst zu sein und uns daran zu erinnern, ist unsere Verantwortung. Allah sagt Allah ist es, der sieben Himmel erschaffen hat und vor der Erde ebenso viel. Der Befehl steigt zwischen ihnen herab, damit ihr wisst, dass Allah Macht über alle Dinge hat und dass Allah alle Dinge mit seinem Wissen umfasst. Denken Sie nach über die Dinge, die Allah Ihnen anbietet. Sie leben in einer Welt, die besonders für Sie erschaffen wurde. Sie haben nichts getan, um auf diese Welt zu kommen oder zu ihrer wunderbaren Ordnung. Sie haben keinen Beitrag dazu geleistet. Sie öffneten eines Tages ihre Augen und fanden sich inmitten all dieser Segnungen vor. Sie können sehen, hören und fühlen. Doch all dies geschieht nur, weil Allah sie erschaffen wollte. Als Gegenleistung verlangt er nur, ihm gegenüber dankbar zu sein, wie er im Koran fordert. Und Allah hat euch aus den Leibern eurer Mütter als ganz und gar Unwissende hervorgebracht. Doch er gab euch Gehör und Gesicht, Verstand und Gemüt, damit ihr dankbar wäret.